Hallo und herzlich willkommen zu den H-Steuer-Nachrichten. Ich habe heute folgende Themen für Sie dabei. Umsatzsteuerfreiheit von Leistung eines Supervisors, kein Abzug von Mitgliedsbeiträgen an Vereine bei Freizeitgestaltung und Corona-bedingte Korrektur der 0,03%-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Die Klägerin schulte Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und Pflegepersonal im Auftrag ihrer Arbeitgeber. Gegenstand ihrer Leistung war die Vermittlung im beruflichen Alltag erforderlicher Kompetenzen. Nicht die Lösung persönlicher Probleme der Arbeitnehmer im Sinne einer Therapie. Sie agierte hier unternehmensbezogen wie eine Privatlehrerin. Die Umsätze von ca. 26.000 Euro erklärte sie im Streitjahr als steuerfreie Umsätze im Sinne des § 4 Nr. 14 Umsatzsteuergesetz. Daneben erzielte sie ca. 3.000 Euro Umsätze aus einer anderen Lehrtätigkeit. Das Finanzamt erkannte hier keine Steuerbefreiung an. Damit versagte es auch die Anwendung der Kleinunternehmerregelung für die übrigen Umsätze aus der Lehrtätigkeit und erhob Umsatzsteuer auf den Gesamtumsatz. Zu Unrecht. Der BfH bestätigte die Auffassung des FG Münster. Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe J der Mehrwertsteuersystemrichtlinie erfasst auch Unterrichtseinheiten, die sich auf Ausbildung, Fortbildung oder berufliche Umschulung beziehen. Die Anforderungen, die der EuGH an die Steuerfreiheit des Schul- und Hochschulunterrichts stellt, gelten hierfür nicht. Ihre Umsätze als Supervisor waren somit steuerfrei. Damit waren auch die Voraussetzungen der Kleinunternehmerregelung für ihre Lehrtätigkeit gegeben. Der Kläger ist ein körperschaftssteuerbefreiter Verein, der gemeinnützige Zwecke verfolgt. Satzungsmäßiger Zweck ist die Förderung der Volksbildung, der Erziehung und Ausbildung sowie der Kunst im Bereich der Bläsermusik. Der Kläger unterhält seit 2017 auch ein Jugendorchester. Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Erwachsene beträgt 36 Euro. Im Freistellungsbescheid für die Jahre 2014 bis 2016 führte das Finanzamt als gemeinnützige Zwecke die Förderung von Kunst und Kultur und die Förderung der Erziehung auf. Entgegen der Freistellungsbescheide der Vorjahre ließ das Finanzamt den Verein im Streitjahr darauf hin, dass dieser nicht berechtigt ist, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auszustellen, weil auch Zwecke im Sinne des §10b Absatz 1 Satz 8 Einkommenssteuergesetz gefördert werden. Die Prüfung ging bis zum BfH. Der hielt fest, §10b Absatz 1 Satz 8 Nummer 2 Einkommenssteuergesetz ist dahin auszulegen, dass Mitgliedsbeiträge, die an eine gemeinnützige Körperschaft die kulturelle Betätigung fördert, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen, nicht als Sonderausgaben abziehbar sind. Dies gilt auch dann, wenn die Körperschaft daneben noch einen weiteren Zweck fördert, der nicht in §10b Absatz 1 Satz 8 Nummer 2 Einkommenssteuergesetz genannt ist. Kann ein Firmenwagen auch für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt werden? Erfolgt die Versteuerung mit 0,03% des Bruttolistenpreises. Typisiert wird hier immer von 15 Arbeitstagen im Monat ausgegangen, also 180 Tage im Jahr. Zum Beispiel coronabedingt kann es aber zu einer deutlich geringeren Nutzung für diese Fahrten kommen. Wird ein geringerer Nutzungsanteil nachgewiesen, so kann die Einzelversteuerung mit nur 0,002% erfolgen. Zum Vergleich. Bei einem Bruttolistenpreis von 60.000 Euro und einer einfachen Entfernung von 10 Kilometern ergebe sich bei Anwendung der 0,03% Methode ein zuversteuernder Geldwertervorteil von 2.160 Euro pro Jahr. Bei zum Beispiel tatsächlich nachgewiesenen 80 Tagen ergebe sich bei Anwendung der 0,002% Methode lediglich ein Geldwertervorteil von 960 Euro im Jahr. Wurde diese Einzelversteuerung nicht monatlich bei der Gehaltsabrechnung berücksichtigt, so kann diese gegebenenfalls noch im Rahmen der Einkommenssteuererklärung beantragt werden. Das war's schon wieder für heute. Ich sage Tschüss, bis bald zur nächsten Folge.